Ein wesentlicher Grund, warum Müdigkeit und Erschöpfung oft nicht erkannt werden, ist die Schilddrüsenunterfunktion. Gehen wir auf eine Entdeckungsreise. Wenn du von Müdigkeit oder Erschöpfung betroffen bist, dann habe ich für dich ein Therapie-Schema vorbereitet. Du findest unten in der Beschreibung einen Link zu einer Website. Da hat es ein Erklärungsvideo und ein Therapie-Schema, das dir genau erklärt, welche Produkte dir helfen, um wieder auf die Beine zu kommen. Was ist die Rolle der Schilddrüse? Sie steuert den ganzen Stoffwechsel. Bei einer Unterfunktion ist der Stoffwechsel verlangsamt. Das führt zu Müdigkeit. Wir Ärzte haben gelernt, die Schilddrüse zu untersuchen. Aber häufig wird nur das Vorhormon TSH gemessen. Wenn das normal ist, sagen viele Ärzte, die Schilddrüse ist in Ordnung. Nach meiner Erfahrung habe ich gesehen, dass das so nicht stimmt. Wir müssen die Schilddrüse als Ganzes untersuchen. Wir messen das Vorhormon TSH. Ich messe aber auch die eigentlichen Schilddrüsenhormone T3 und T4. Und bei einem Verdacht auf Unterfunktion messe ich noch die Antikörper dazu. Wenn die Antikörper auch positiv sind im Labor, dann habe ich eine entzündliche Schilddrüsenunterfunktion mit dem Namen Hashimoto. Und wenn die Antikörper normal sind, dann ist das eine gewöhnliche Unterfunktion. Jetzt kommt noch dazu, dass die Laborwerte aus meiner Sicht zu breit gefasst sind. TSH als Beispiel geht von ca. 0,4 bis 4,8. Also zwölfmal mehr. Und das soll alles normal sein. Das kann nicht stimmen. Und ich habe gesehen, dass der ideale TSH-Wert so bei 1,5 bis 2,5 liegt. Unter 1 habe ich den Verdacht auf eine Überfunktion und über 3 ist für mich ein Verdacht auf eine Unterfunktion. Wenn man jetzt diese Schilddrüsenunterfunktion belegt hat, die eben ein Grund für Müdigkeit ist, dann muss ich das behandeln. Und da gibt es Schilddrüsenhormone in Tablettenform und die sind sehr hilfreich und nützen sofort. Oft aber genügt es, ein bisschen Jod zu ersetzen. Wir alle haben in Deutschland, in der Schweiz, haben wir jodarme Böden. Und Jodmangel behindert die Schilddrüse in der Produktion ihrer Hormone. Und deswegen oft empfehle ich als erstes bei so einer grenzwertigen Unterfunktion, nehmen Sie ein bisschen Jod. Das können Sie in jeder Apotheke kaufen. Etwa 200 Mikrogramm pro Tag. Und das wird die Schilddrüse wieder in Schwung bringen. Wenn du dich müde fühlst, dann lass bei deinem nächsten Arzttermin doch deine Schilddrüse untersuchen. Ich wünsche dir gute Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.